Die unerwartetste und beste Wendung in jedem Harry Potter Buch Der Stein der Weisen, Quirrell steckte hinter allem Die Kammer des Schreckens, die wahre Identität von Voldemort Der Gefangene von Azkaban, Peter Pettigrew ist der Schuldige Der Feuerkelch, Moody's wahre Identität, Barty Crouch Jr. Der Orden des Phönix, der zweite Teil der Prophezeiung über Harry und Voldemort Der Halbblutprinz, Snape enthüllt seinen Spitznamen der Halbblutprinz Die Heiligtümer des Todes, Snapes wahre Loyalität Die Heiligtümer der Halbblutprinz